Alles gerät aus dem Takt. 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 Diese Kräfte, die ich besitze, bringen nichts als Schmerz. Jeder Handshaker wird bemerken, dass du anders bist, Yukia. Du forderst Gott nicht heraus. Nein, du bist selbst eine Art Gott. Gemeinsam könnten wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Was ist es, das du eigentlich willst? Wenn man nicht weiter weiß, ist es das Beste, sich selbst zu hinterfragen. Hey, Wise, gefällt es dir in der anderen Welt? Wer seid ihr? Wir kämpfen in dieser Welt, um unsere Bitten von Gott erfüllen zu lassen. Das sind die Handshaker. Legen wir los. Sie treten mir gegenüber und fordern mich heraus. Ich werde nicht verlieren. Handshaker sind furchtanflößend, denn schließlich stehen ihre Wünsche auf dem Spiel. Er hat sich also entschieden zu kämpfen. Pass auf! Was ist es, was ich wirklich will? Hab ich dich! Das ist echt eine zerstörerische Kraft. Wir müssen kämpfen. Und ich werde dich beschützen! Alles ist total aus dem Takt. Das wird ein Hit. Garantiert! Könntest du bitte diesen schrecklich lauten Krach ausmachen?